Hallo, ich bin Andreas Kraus, Masse Ferguson Produktmanager. Neben mir steht Bernhard Völkli, FU-Spezialist. Wir zeigen euch heute, wie man mit MF-Connect, der Terrain-Limitri-Lösung für Masse Ferguson-Maschinen, seine täglichen Arbeitsabläufe aufgrund von Maschinendaten besser planen kann. Ja, Andreas, du bist ja viel in Kontakt mit Kunden. Was sind denn jetzt so die Herausforderungen für unsere Kunden? Ich bin mir sicher, dass wir mit MF-Connect hier auch einen entscheidenden Beitrag dafür leisten können, diese zu entlasten. Ja, Bernhard, wenn ich mit unseren Kunden immer spreche, dann stelle ich immer wieder eines fest, dass ihnen die Grundlage für faktenbasierende und natürlich ganz wichtig nachhaltige Entscheidungen einfach fehlt. Und dazu brauchen wir einfach eine saubere Dokumentation. MF-Connect bietet hier die Lösung. Hier werden nicht nur die gegenwärtigen Maschinendaten dokumentiert, sondern auch die vergangenen. Das ist ganz wichtig. Zu diesen Daten gehört unter anderem die Maschinenposition, die gefahrene Strecke, die Kraftstoffstände und die Verbräuche, aber auch servicerelevante Informationen wie Wartungsintervalle für die Wartungsplanung. Abgerufen werden diese Daten ganz einfach über das Smartphone. Genau, die Maschinenstunden und die nächste fällige Wartung ist jederzeit ersichtlich mit MF-Connect. Und ganz wichtig, dass die Wartungsmeldungen priorisiert angezeigt werden. Und dadurch kann ich eben Stillstandszeiten reduzieren, wenn ich eben eine vorbeugende Wartung einhalten kann und machen kann. Ganz wichtig auch, dass ich die Position von meiner Maschine über MF-Connect abrufen kann. Und das hilft mir natürlich, wenn ich keine Ortskenntnis nicht habe. Richtig. Dadurch, dass über MF-Connect neben der Fahrtroute auch die Verbräuche und die Zeiten dokumentiert werden, kann ich meine Maschinenflotte einfach effizienter einsetzen. Dies erleichtert auch für Lohnunternehmer die Abrechnung zum Beispiel. Veränderungen in der Maschineneinstellung sind ebenfalls sofort in der MF-Connect-App ersichtlich. Und wie läuft dann die Datenübertragung? Die Datenübertragung läuft über die MF-Connect-Telemetrieeinheit über Mobilfunk. Somit sind die Daten jederzeit ortsunabhängig abrufbar. Durch die Auswertung der Kraftstoffverbräuche und Maschinenauslastung sieht der Kunde auf einen Blick sofort, wie er seine Maschine einsetzt. Zum Beispiel hat er sehr hohe Standgaszeiten. Bis zu 37 Prozent sind hier zum Teil möglich. Und das führt natürlich dazu, dass die Maschine höhere Kosten produziert. Erstens durch einen unnötigen Kraftstoffverbrauch und natürlich auch durch unnötige Betriebsstunden der Maschine, die immer zu einer Wertminderung führen. Wir stellen auch immer wieder fest, dass unsere Kunden uns sagen, mit immer komplexeren Maschinen brauchen sie immer eine bessere Unterstützung von unseren Vertriebspartnern. Wie kann MF-Connect hier helfen? Nach Zustimmung des Fahrzeugbesitzers kann der Masse-Fergusen-Vertriebspartner quasi in Echtzeit auf die Maschinendaten zugreifen und somit auch vorbeugend auf Wartungsinformationen reagieren. Mithilfe der übertragenen Daten wird der Wartungszustand der Maschine effizient gemanagt. Der Vertriebspartner kann somit die benötigten Teile für die Wartung im Voraus bestellen und hat diese dann auch vorrätig. Somit kann er Reparaturen an der Maschine vornehmen, bevor diese überhaupt erst auftreten. Das steigert natürlich die Maschineneinsatzfähigkeit. Zudem entfallen kostenintensive Vor-Ort-Diagnosen. In Zusammenarbeit mit dem Werkskundendienst ist der Support um bis zu 30% schneller für Diagnose- und Reparaturzeiten. Heutzutage ist die Datensicherheit für unsere Kunden ein ganz zentrales Thema. Wie kann MF-Connect hier diese sicherstellen? Datensicherheit ist für Masse-Fergusen als zuverlässige Marke von allerhöchster Bedeutung. MF-Connect basiert auf den höchsten europäischen IT-Sicherheitsstandards und erfüllt vollständig alle Datenschutzbestimmungen. Die gesammelten Daten werden auf einer Cloud-Lösung in der EU gespeichert. Ausgebrauchte Mengen und Erträge sind weder für den Vertriebspartner noch für Masse-Fergusen einsehbar. Es ist ebenfalls nicht möglich, per Fernzugriff auf das Terminal zuzugreifen. Somit liegt die Datenhoheit und die Datenkontrolle jederzeit zu 100% beim Kunden. Aber wie bekomme ich jetzt MF-Connect? Über masse-fergusen-connect.com Bis zum nächsten Mal.